Erbssünde Sündenfall Adam und Eva Verführung Satans Es müssen in euch immer wieder Fragen auftauchen, die ihr beantwortet haben möchtet, dann kann ich euch erklären, so wie ihr euch mit mir in Verbindung setzet, so wie ihr nach innigem Gebet höret, was ich euch sage, indem ihr eure nun auftauchenden Gedanken als diese meine Antwort ansehet, wenn ihr nicht direkt angesprochen werdet von mir durch die Stimme des Geistes. Euer Verlangen und der Anruf zu mir sichert euch auch rechtes Denken. Doch ohne mich werdet ihr nicht in der Wahrheit stehen. Ohne mich ist euer Streben nach Aufklärung vergeblich, weil euch ohne mich nur irriges Gedankengut erfüllt, das euch die Kräfte von unten vermitteln können, eben weil ihr mich ausschaltet, der ich der Geber der Wahrheit bin. Und so sei euch Folgendes gesagt, es kann euch immer nur bildmäßig Aufklärung zugehen, solange ihr nicht vollkommen seid. Nimmermehr würdet ihr verstehen können die endlosen Tiefen göttlicher Weisheit. Nimmermehr würdet ihr die Beweggründe für mein Walten und Wirken verstehen, weil eure Unvollkommenheit auch mangelhafte Erkenntniskraft bedeutet und ihr also Kraft eures Verstandes keine Erklärung finden könntet, die euch aber blitzschnell zugehen kann, so wie euch im geistigen Reich mein Liebelicht durchflutet. Auf Erden müsstet ihr bildhaft Aufklärung erhalten, es können euch nur eurem Fassungsvermögen entsprechend die Vorgänge geschildert werden, die sich in meiner Schöpfung abspielten. Und also können euch auch die geistigen Vorgänge in den Herzen der ersten Menschen nur durch irdische Vorgänge verständlich gemacht werden, die an sich jedoch nur ein schwacher Vergleich sind, eben weil ihr selbst noch schwachen Geistes seid. Ihr Menschen seid gebunden durch Naturgesetze, denn die völlige Freiheit, die ihr euch durch euren einstigen Abfall verscherzt hattet, müsstet ihr euch erst wiedererwerben durch euer Erdenleben. Ich legte den ersten Menschen darum eine Begrenzung ihres Willens auf, weil ich wollte, dass sie erstmalig erkennen sollten, dass sie einer Macht untertan waren und sie sich dieser Macht also freiwillig unterwerfen sollten, um nun ihre endgültige Freiheit geschenkt zu bekommen. Einstmals wollten sie mich nicht anerkennen und es war dies die erste Sünde, die Auflehnung gegen mich, aus dem sie hervorgegangen waren. Nur das Anerkennen im freien Willen konnte die erste Sünde wieder aufheben. Und diese Anerkennung meiner selbst wollte ich erreichen, als ich die gesamte Schöpfung erstehen ließ. Darum also waren die ersten Menschen so ausgestattet, dass sie mich wohl erkennen konnten, aber nicht dazu gezwungen waren. Und darum musste also der freie Wille entscheiden, der wieder in einer Versuchung sich erproben sollte. Es musste das Auge der Menschen auf etwas gerichtet sein, das sie begehrten, und es musste ein Verbot und eine Lockung zugleich sie zum Willensentscheid veranlassen, begreiflicherweise aber die Lockung mit einem Versprechen verbunden sein, dem sie nun widerstehen sollten. Das Verbot und die Verlockung erfolgten von zwei Seiten, weil es um die Rückkehr des Gefallenen zu mir und um das Verbleiben bei meinem Gegner ging, um das Erreichen des Zieles, des von mir Erschaffenen, oder um den erneuten Rückfall in die Tiefe. Und folglich musste auch in den Menschen die Begierde gelegt sein und ihm auch die Möglichkeit geboten werden, diese Begierde zu stillen, oder aber sie zu überwinden um eines weit höheren Zieles willen, die ewige Glückseligkeit bei mir, die jene irdische Erfüllung der Begierde ums Tausendfache übertrifft. Da die Rückgewinnung der abtrünnig gewordenen Geistwesen ein Kampf war zwischen mir und meinem Gegner, musste auch dieser die Möglichkeit haben, einzuwirken auf den Willen jener Wesen, nur dass er Scheingüter und ein Scheinglück vortäuschte, auf das die Menschen das wahre Glück, ein seliges Leben in Ewigkeit, sich verscherzen sollten. Ich wusste um diese Versuchung und gab deshalb den ersten Menschen ein Gebot mit gleichzeitiger Warnung vor dem ewigen Tode. Und diese Warnung hätte genügen müssen, in den Menschen jegliche Begierde zu ersticken, um nicht das Leben zu verlieren. Und mein Gegner überzeugte sie vom Gegenteil meiner Warnung. Er versprach ihnen das Leben. Sie aber erkannten mich als höchste Macht und folgten doch der Lüge. Und sie brachten dadurch den Tod in die Welt. Was aber war es, dass ihre Begierde so mächtig werden ließ, dass sie dieser Begierde erlagen? Sie lebten ein seliges Leben im Paradies. Sie waren Herr aller geschöpflichen Dinge. Alles unterstand ihrem Willen. Und sie fühlten sich glücklich im Vollbesitz von Kraft und Macht. Innige Liebe verband auch die erstgeschaffenen Menschen. Und Kraft dieser Liebe schon hätten sie sich selbst erlösen können aus der Fessel meines Gegners. Und solange diese Liebe zu mir und zu dem Partner gerichtet war, bestand auch keine Gefahr eines Versagens in der Willensprobe. Doch mein Gegner wusste diese Liebe falsch zu lenken. Er verkehrte sie zur Ich-Liebe, indem er ihnen falsche Versprechungen gab und also nun die Begierde in ihnen entfachte, sich selbst Seligkeiten zu verschaffen. Es wurde ihre Liebe eine verlangende, eine egoistische und niedrige Liebe. Und damit gaben sie sich wieder dem in die Gewalt, von dem sie sich befreien sollten und es auch konnten, so sie mein Gebot höher gestellt hätten als ihr Verlangen. Begreifet es, ihr Menschen, die Zeit war noch nicht gekommen, da ich das erste Menschenpaar segnen wollte. Darum wurde es sündig. Denn nichts ist sündig, was sich meinem Schöpfungsplan anpasst. Nichts kann Sünde sein, was in gesetzlicher Ordnung geschieht. Und niemals kann der Vorgang der Zeugung wieder die gottgewollte Ordnung sein. Doch die Befriedigung der Sinne, ohne den Willen Leben zu gebären, ist kein Akt der Liebe, die göttlich ist, sondern eine von meinem Gegner entfachte Selbstliebe, die den Menschen herabzieht und gänzlich in seine Gewalt treibt. Dieser falschen Liebe waren die ersten Menschen zum Opfer gefallen. Und diese falsche Liebe war die Sünde, die wieder gemahnte an die Ursünde der Selbstüberhebung, die nicht sich verschenken wollte, sondern alles besitzen und die Erbgut war ihres Erzeugers, die aber mit der göttlichen Liebe nichts gemeinsam hat. Die göttliche Liebe ruht als Funke in euren Herzen und kann sich entzünden zu höchster Glut. Doch das Ziel meines Gegners war und ist, diese Liebe zu verkehren und es ist ihm gelungen. Das reine, göttliche wurde verunreinigt und zu einer Ich-Liebe gewandelt, die den Begriff Liebe nicht mehr verdient und nur Begierlichkeit, Selbstsucht und Eigenliebe genannt werden kann und die auch zu allem fähig ist, was mein Gegner von euch verlangt. Und so wurde auch der Akt der Fortpflanzung für meinen Gegner zu einem Mittel, das ihm unzählige Seelen zuwandte, was nimmermehr möglich gewesen wäre, wenn er unter meiner Segnung stattgefunden hätte, wo die göttliche Liebe des Schenkens und Beglückens ihre Krönung erfahren sollte in der Entstehung eines neuen Lebens. Der Sündenfall also bestand in der Hingabe der reinen göttlichen Liebe um einer unreinen, selbstischen Liebe willen. Der Gottesfunke im Menschen wurde durch satanisches Einwirken ausgelöscht und dafür ein Feuer entfacht, dem alles Edle und Reine zum Opfer fiel. Es wurden die Sinne erregt und zu höchster Gier getrieben, was nimmermehr meinem Schöpfungsakt entsprach. Doch der Willensfreiheit meines Gegners und auch meiner Geschöpfe wegen nicht gehindert wurde, da es immer noch im Willen des einzelnen Menschen liegt, dieser Versuchung durch Satan zu widerstehen. Der Sündenfall also war nicht der Fortpflanzungsakt, sondern die durch Satan angeregte und im freien Willen entzündete, verkehrte und sündige Liebe. Es wurde ein im göttlichen Sinne beglückender Schöpfungsakt herabgezogen zu einem Spiel unreiner Geister. Es wurde meinem Gegner Zutritt gewährt zu einem Akt, wo ich selbst mit meinem Segen bei den Menschen sein wollte, um die reine göttliche Liebe in ihnen zu verstärken, dass diese auch in die nun gezeugten Wesen überfließen sollte und so also ein Menschengeschlecht entstanden wäre, das in stets hellerem Liebelicht den Weg zu mir zurückgefunden hätte ohne Leid und Qual, das in kurzer Zeit sich erlöst hätte durch die Liebe, weil es mich selbst erkennen musste, wo die Liebe erstrahlte. Die ersten Menschen hätten diese Willensprobe bestehen können, doch da ich mit meinem Gegner rang um die Seelen der Menschen, konnte ich ihn nicht hindern, Mittel anzuwenden, um sich den Sieg zu sichern. Denn es ging um die Rückkehr meiner Geschöpfe in völlig freiem Willen, der jedoch versagte und dem ganzen Menschengeschlecht ein Los eintrug, von dem es selbst nicht mehr frei wurde, bis ein Mensch in reiner göttlicher Liebe das Werk vollbrachte, das die gesamte Menschheit entsöhnte und ihr wieder den Weg freimachte nach oben. Denn die Liebe trägt den Sieg davon und die Liebe wird nicht eher ruhen, bis auch das letzte mir abtrünnig gewordene den Weg zurückgefunden hat zu mir. Amen. Untertitelung